Ihr könnt noch anrufen, jetzt ein bisschen auch, wenn das... Ja, ich lasse jetzt auch. Oh, lauter. Hallo? Ja? Hört man mich jetzt? Ja, auf jeden Fall. Lass den Spanien ruhe. Ja, da sind wir wieder. Hallo, da ist ja wirklich... Oh, was macht denn denn? Einer Mitte! Mit dem da? Das komische Ding da! Was ist mit dir so? Du hast ja eine tolle Frisur. Ja, du hast eine tolle Aussprache. Ja, der andere daneben dir aber auch. Hast du überhaupt noch Zähne? Wollt. Ach, darf ich? Ja. Ich fick dich in den Arsch, du schwein. Ich fick dich in den Arsch, du schwein. Du krug, weil du dieses mieses Kanappeschwein. War das einfach King A? Jo. Kann man immer in der Mitte? Jo. Hallo? Du bist ja echt intelligent in der Mitte. Du machst einen wirklich intelligenten Eindruck auf mich. Sei ruhig jetzt. Wie bitte? Was? Sprich dich aus. Was? Dein Glücksspringer sieht ja auch sehr intelligent aus. Der hat Ähnlichkeit mit dem in der Mitte. Warte mal kurz. Hallo? Hallo? Hier ist der Knack. Und der Heli. Ja, kann dir in der Mitte auch mal was sagen zum Thema vielleicht? Ja. Udo, 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 du hast dir den da reingeholt und dann auch in die Mitte gesetzt. Dann musst du doch auch was sagen. Warte, das ist mein bester Freund, ja? Der wird auch mal verlangt sein, ja? Der wird auch aus Berlin. Ja, Udo, du bist ganz normal eigentlich. Aber der an der Mitte ist auch unglaublich. Das müssen, die Sendung muss eigentlich heißen. Ey, ey, ey. Sag mal, hol jetzt. Ja. Aus. Ja. Ja, was denn? Ich hatte bereits drei Sendungen. Vor der ersten Sendung hatte ich Extremlampenfieber. Da habe ich bestimmt auch Mächte. Habe ich nicht gesehen, ich weiß, da habe ich auch nicht gesehen, aber die dritte ist. Ey, Udo, Udo, ich habe eine Frage. Wann ist die nächste Sendung? Ja. Scheiße. Weiß ich nicht. Wann? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Warum weißt du das nicht? Also das meiste... Weil der in der Mitte ist. Der Achmed, warum heißt die Sendung nicht der unglaubliche Achmed? Kann mir das der Achmed vielleicht mal beantworten? Wann die nächste Sendung ist? Ja. Er weiß das nicht. Ich meine, er kommt nicht aus Berlin. Ich glaube, er redet doch jetzt. Udo, Udo, ich wollte jetzt auch mal was zum Thema sagen. Warte doch mal. Ja, bitte. Meine nächste Sendung wird höchstwahrscheinlich an irgendeinem Freitag in zwei Wochen sein, schätze ich mal. In zwei Wochen ist gut. Das ist nicht schlecht. So, jetzt wollte ich was zum Thema sagen. Okay, sprich dich auch. Haley, du kannst dich dazu dann auch äußern, ja? Der Knochen sagt jetzt hier was zum Thema. Und zwar, das größte blonde Arschloch, was es gibt auf dieser Welt, ist der Nick Carter von den Hinterstraßenjungs. Und so ein Go-Kart-Fahrer. Oh, ja, der ist noch ein bisschen bescheuert. Wie heißt der? Ja, das sag du mal lieber, Haley. Na, sag, nein, warte, nicht drücken, nein, hey, der von, der kleine Bruder, der kleine Bruder von... Ja? Ja, warum drückst du mich einfach raus? Was macht eine Blondine nach dem Sex? Äh, zieht sich an und geht nach Hause, den kenn ich schon. Ey, Udo, hier ist der Sex, die Max, du kannst den B-Low nicht einfach rausdrücken, das geht doch nicht. So was macht man nicht, wenn der hier einen Witz macht. Hat der angerufen? Ja, eben gerade, mach doch mal die Ohren auf, du hast doch so oft dazugeguckt. Machst du wohl Scheiße heute wieder hier. Im Fernsehen hört's ganz anders an. Jetzt sag doch mal hier den Achmed auch mal was sagen. Achmed, sag was. Komm, Achmed, sag doch mal was hier. Achmed, willst du nicht jemanden grüßen? Achmed, grüß doch mal irgendjemanden da in Kreuzberg. In Kreuzberg nicht, aber in Spannau. In Köln? In Spannau. Ja, wen denn? In Hüseyin und in Dohan. Hüseyin? Hüseyin. Kenne ich, fährt der BMW? Ja, wa? Äh, sein Bruder fährt einen BMW, wahrscheinlich. Ja, fahren sie da alle. Jut, schönen Abend noch, ja, ciao. Warte mal, ich muss auch mal machen, du. Unglaublich, was heutzutage hier gesendet wird. Udo, du bist unglaublich. Und dieser Achmed, die mit dem BMW-Aufkleber- und Farben-Tuning ist ebenfalls unglaublich. Warte mal bitte jetzt, das kann nicht wahr sein. Hallo, geil. Ja, hallo. Hallo, ich hab auch einen Witz, und zwar, was ist dick, hat drei Doppelkinz und stinkt nach Fisch. Ich nicht. Beginnt mit J und hört auf mit K hinten, so, weißt du? Einen Augenblick, bitte. Einen Augenblick, ja, einen Augenblick. Ich weiß, wer es ist. Ja, hallo. Sag jetzt, los. Ja, die Antwort weiß der Heli. Nein, stimmt, weiß ich nicht, warte mal. Ax, hallo! Leute, wenn du, wenn du... Ja, meine Frage. Was denkt eine... Vichai Santos, wieso n'ahmen? 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 Power! Sag immer, wo ist denn der dritte... Der halb... Punkt, 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 Ausländer. Was bist du, was bist du denn für eine Rasse? Ich bin ein Mischling zwischen Deutsch und Araber-Boy. Araber? Oh, mein... Pass auf, wenn ich jetzt... Warte mal, Achmed, du bist Türke? Ja. Pass auf, der Türke... Sag mal, ob ich den Judd ausspreche, ja? Weil ich hab das immer in meiner Sendung... Willow, wie findest du mich eigentlich? Bin ich sexy? Egal. Ach, Mann! Nur einer ist sexy und das ist Max, das weißt du doch. Hier ist kein anderer sexy. Ruhe, ich bin der Geiste. Ja. Ach, du bist aber sexy, du blöder Hund. Sag mal! So, warte, ob ich dich sexy finde? Ja. Nee. Ach. Ich sag halt, kein... Ach. Das ist nett, da freut er dich, dich...